Als Präsentationscoach erläutere ich meine Art zu arbeiten am liebsten in einem Video. Für mich ist das ein geeignetes Mittel, um darzustellen, worum es auf der Bühne geht und wie Sie darin besser werden können. Auf meiner Website finden Sie Clips dazu, dass Ihre Person und Ihre Botschaft zusammengehören. Darüber, warum uns unser Gehirn beim Auftritt so gerne im Weg steht. Sie erfahren, welche Dinge Sie beim Einstieg in Ihre Präsentation unbedingt vermeiden sollten. Natürlich hoffe ich, dass ich damit all das anspreche, das Sie interessiert, wenn Sie hin und wieder oder öfter vor Gruppen sprechen. Aber ich sehe das ja aus meiner Perspektive als Coach und nicht aus Ihrer Perspektive. Heute will ich mal von Ihnen wissen, was Sie von mir wissen wollen. Welches Anliegen, welche Frage, welche Herausforderung beschäftigt Sie im Zusammenhang mit dem Auftritt vor Publikum? Das kann etwas Zentrales sein oder etwas scheinbar Nebensächliches. Seien Sie sicher, Sie sind mit dieser Frage nicht allein. Vielleicht sind Sie nur die Erste oder der Erste, der den Mut dazu hat, diese Frage auch zu stellen. Schreiben Sie Ihre Frage in die Kommentare oder schicken Sie mir eine E-Mail. Ich mache daraus ein Video von anderthalb bis zwei Minuten Länge und veröffentliche es an dieser Stelle. Haben Sie noch Fragen? Ich bin gespannt.